Ich war, also, sein Impuls ist auch gerade mal bei 70. Ich bin mir nicht sicher, ob er schon fast klingt tot ist oder nicht. Ich denke, er hat auch mehrmals sein Gesicht getroffen mit dem Ding, aber... Das musst du, Kollateralschäden sind wichtig. Ein oder zwei Gehirnzellen, die braucht man, das passt nicht. Natürlich. Das ist eindeutig ein Spiel, was natürlich auf physischer Gewalt basiert, von dem her sollten wir... Richtig. Du musst auf totale Art und Weise diese armen Würfel, die eigentlich nur an dir vorbei wollen, keine Ahnung, wahrscheinlich in den Urlaub mit der Familie, zerschneidet er brutal in der Mitte.